Ich glaube, das gefällt mir ganz gut, wenn das so eine Etage höher ist. Zack, 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 zack. Oh Gott, oh Gott, oh ja, das war fast gut, aber ich wollte ja eh noch einen höher gehen, weil hier nämlich jetzt die Mauer anfängt. So zum Beispiel hier, da beginnt ja die, echt, ich brauche viel mehr, viel mehr, zack, 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 so, ich mache aber am besten erstmal, kann ich verbunden, dass er reichen hat, stimmt. Bestimmt, das kriege ich hin. Hoppala, zack, zack, boom. So los geht's. Okay, da war's, hab's getestet. Hier ist, äh, ach so, die Username-Nachricht, okay, alles klar. Danke dir, danke dir, danke dir. Das Ding ist, ich kann ja auch nur anschauen, das war's dann auch schon wieder. Als ob so jetzt so du du du, das macht man aber nicht. Oh ja, wenn du was sagst, nee, da hast du recht. Ich werde mein Leben total überdenken. Der kennt's, der kennt's auch alle. Ich weiß nur halt nicht, was so, was so manche Leute für, für Probleme haben. Soll sich selbst botten, Alter. Ich hab den Namen, Wanny, kannst du sie botten, bitte? Man muss Geld ausgeben, für zum botten? Ich dachte, das kann man auch so machen. Ja, ich dachte, durch einen bestimmten Zusammenhang kann man so machen. Siehste, ich kenne mich mit kriminellen Sachen halt nicht aus. Der hat kein Tohle. Ja, bloß das Problem ist, was macht Twitch dagegen, wenn sie mich über Discord bottet? Ja, und was bringt das? Die kann mich trotzdem mal wieder Discord botten. Oder? Ich hab das letzte Mal vor neun Monaten gestreamt, also ganz ehrlich, würde ich das letzte Mal vor neun Monaten streamen, würde es mich nicht jucken. Und wehe, jemand reißt jetzt den Witz, dass ich das letzte Mal vor neun Monaten gestreamt habe. Aber Dan, aber Dan, das ist hier ernste Sache. Ich bin fast leer. Du kannst ja so'n Kack programmieren. Ja, hab ich schon mal überlegen. Ich war auch schon mal überlegen, so'n Kack zu programmieren, dass man so Telefonnummern einspeisen kann und die dann so SMS bekommen, dass man sowas nicht macht. Scheiß halt. War schon schön wegkommen oder irgendwas. Der hat glaube ich lustig, weil auf Arbeit den wir auch da unten anrufen. Also ich kann den Spruch nicht bringen, da mein das war komplett falsch. Den will ich nämlich nicht haben. So, das soll schon so bleiben. Warum ist das so hier? Höchstens. Na komm. So. So kann ich mitnehmen. Genau. So kann ich mitnehmen. Genau. Und jetzt möchte ich noch folgendes machen. Und zwar, wo haben wir meine Werkbank. Da. Was ist denn los? So. 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 K-Mangel 4. Dort. Reicht. Das reicht uns. Ich wollte eventuell mal gucken, ob das Wendel... Kann man das schon machen? Ja, kann man machen. Ich glaube, das kann man machen. So. So. So lassen wir so. Am besten mehr ist, wenn wir jetzt in der Mitte noch eventuell so eine Lamp. Ich will eine Hängelamp haben. So. 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 And zwar, wir wollten uns zuerst mal im Fenstack kümmern. Zack, zack, zack. Jetzt einen Raum holen und machen wir die Kranke raus, weiß ich nicht. Ich mach zum Beispiel hier noch eins rein. Ich werde hier hinten auf jeden Fall safe ein großes Fenster reinmachen. Das ist ein zu weit, ein zu weit, zack. Oh, hier kommt allgemein eine Terrasse hin. So ein großes Fenster und darüber dann die Terrasse hin. Das ist ja ganz cool. Einmal ein paar Fenster rein kloppen. Ne, das gefällt mir nicht. Ich muss zwei haben. So, dann haben wir hier noch zwei. Oh, schön aussehen. Okay, dann eventuell noch. Ich muss überlegen. Eins, zwei, zwei. Da haben wir drüben, glaub ich, auch zwei gehabt. Glaub ich, oder? Ne, das hilft nicht. Waren bestimmt drei. Jo. Nehmen wir drei. Nehmen wir zwei, mein. Sorry. Zwei Nehmen. So, haben wir. Und jetzt sind wir noch in der Mitte eins. Guck mal, hier wird zum Beispiel so ein längliches machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oder auch so zwei große. So, die ganze Menge so. Ich glaub, das gefällt mir ein bisschen besser. Ich glaub, das gefällt mir ein bisschen besser. Dann haben wir eine Tür und drei große Fenster. So gucken können. Und jeweils immer zwei auf dem Außen. Ist ganz cool. Kann man mal so machen. So, äh. Das Problem bei der ganzen Schoße ist, dass wir Sand. Damit wir Glas kriegen. Oh. Und wie es der Zufall will. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich gut wäre, wenn ich sozusagen die ganzen Sand hier vorne ab... Uh, warte. Nämlich erstmal ein bisschen Zuckerrohr mit. Zuckerohr. Zuckerei. 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 Kann man Sand auch irgendwo anpflanzen? Mit zwei... So. Oh. Die Mieze ist am Baden. Ähm. Gern nicht getrinken. Gern nicht getrinken. Lars hol mir, so, alle, 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 alle. Ich bin hungrig, das ist ein Wunder. Ich wundere mich, was das für ein Geräusch ist. Digga, schwimm, Junge! So, okay. Ja, was ist das für ein Geräusch? Es regnet wie aus Eimähren. Nicht zweimal, sogar einmal. So, jetzt haben wir ein bisschen gläserisch für unsere Fensterisch und bald sind wir Pferderisch. Ich will mal versuchen, also wenn ihr gute Ideen habt, wie ich es eventuell noch ein bisschen verschmücken kann. Haut raus! Und ich habe kein Dach. Na, so schlägt er sich doch angenehm hier! So schlafe ich nicht! So schlafe ich nicht! So schlafen! So schlafen! Es ist dunkel! Es ist nass! Es ist kalt! Es war hungrig! So schlafen! So schlafen! So schlafen! So schlafen! Oh, Pt! Dieses Scheiß-Bett! Ja, hier in dein Creative Dashboard auf Twitch und dort unter Stream Manager. Gleich. Oh, ist mir egal, ich will einfach nur schlafen. Und zwar nicht entlassen. Schon wieder. Oh, endlich, ok. Creator Dashboard. Ich bin live, danke. Aber da sehe ich auch die ganzen Bots. Da sehe ich auch die ganzen Bots. Kaito Test. Moin Kaito. Test zurück. Ja, da sehe ich auch die ganzen Bot-Followers. Das ist halt extreme Schmutz. Das heißt, ich werde dementsprechend die nächsten paar Tage, Wochen damit beschäftigt sein. Geht scheiß unterbinden. Was ja so realistisch ist, dass man es schafft. 4. Was war's? Du auch noch 4? Haben wir. Haben wir. Zack, zack, zack. So. Noch überlegen, ob ich eventuell hier die Treppen hinmache nach oben. Das wäre ne Idee. Du nährst. Du nährst einfach. Entweder mache ich da die Treppen hoch. Oder direkt wenn man hier reinkommt, hier rechts links. Oder da hinten. Das ist irgendwie wieder zu. Too much. Zurück noch falsch geschrieben. Ach, ich werde mich auch arsch, Alter. Du kommst erstmal weg, bitte. Oder ich mache es ganz provisorisch. Dass ich in der Mitte so eine kleine Wendeltreppe hinbaue. Das kann man machen, oder? Bin mir noch unschlüssig, wie ich das mache. Wenn ich so zu sein, pass mal auf, und zwar. Alles klar. Ist hier Steuerklasse, was ich vorhin falsch geschrieben habe. Was mache ich denn hier? So, das ist auch so. Zeig, zeig, zeig. Gut, dann kommt jetzt. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich weiß nur nicht, ob es denn so geil aussieht. Weißt du? Das ist halt immer das Problem. Ich habe immer das Problem, dass es optisch bei mir immer so aussieht wie, ja, man könnte, aber man muss nicht. So, mal gucken. Und zwar. Ja. Was will ich mit zwei Bucksacken hier bitte schön. Komm, geh mal. Zack. Ich brauche eventuell das da. So. Das ist doch schon hier falsch. Aber dann ist es auch too much, wenn wir nur eine machen. Zack, zack, zack. Zack. So, so. So. Ja, Kog, kann man machen, oder? Könnt es lieber säumen, finde ich. Zack, 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 zack. Wenn ich da jetzt eventuell noch ein Geländer hinmache, dann wird es noch ein Geländer hinmache. Wow. Wie ist denn auch ein Geländer hin? Wie ist denn Geländer? Ja. Wie klasse ist das ja so. Obwohl, das sieht ein bisschen zu... Kann man machen, aber... Muss jetzt auch nicht sein, ne? Da kann man auch, wenn man hier schon Fenster hat. Vielleicht wenn man drüben schon Fenster hat. Kann man hier auch die Treppen hinmachen. Muss ich sagen, ne? Ja, komm. Machen wir es so. Das machen wir denn so. Man muss ja ausprobieren. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich weiß auch nicht, was das damit zu tun hat, aber... Ähm. Zack, zack. So. Zack, 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 zack. Ich glaube, es ist noch eine Treppe. Zack, 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 zack. Boom, boom, boom. Jetzt ist die Frage. Rechts oder daneben? Ich glaub, ich mach daneben. Ich glaub, ich mach daneben. Dann müssen die Truhen jetzt auch nach weg. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sagt der und meint es keinen Fall ernst. Das ist sicher nicht. Genau das mein ich. Zack, 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 zack. Nur noch dort, glaub ich. Nur noch dörde. Die Öde. Dörde mine, dörde mine. So, das kommt hier hin. Haben wir... Zack, 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 zack. Ich weiß dann nicht, warum ich noch eine Werkzeugbank dabei habe. Ja, hey. Man wünscht. Ich glaub von der Höhlen-Tour. Ich glaub einfach von der Höhlen-Tour. So. Pass mal elf. Den kommt jetzt. Die Tune. Da. Oh. Was noch? Ich wollte eh keinen Tune empfangen. Das wäre mir eh zu viel gewesen. Nein, komm hier. Kann ich eventuell, wenn mir das hier auf den Sack geht. So. Kann man mal machen, ne? So, jetzt. Find ich's schlau, dass ich hier auf jeden Fall schon ein Dach hingepackt hab, weil das eh nochmal abgerissen hat. Oh, Leute, ey. Warum bin ich so? Jetzt muss ich überlegen. Und zwar. Ich hab ne cool Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Zack. Dann kann ich das ja praktisch gesehen auch so, ne? Genau. Brauchen wir ja dann wohl nicht. Wir sehen ja hier durch, was los ist. So. Mal kicken. Die geh jetzt mal kurz weg. Kommst mal kurz her. Kann man da oben was reinnehmen? Nein. Machen wir die PDF ein. Zack! 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 Den stylくらい hat gar nichts. Kann man mal machen, muss man nicht hier nicht. Beut. 969 Followern. Ich bin der King. So, meine Idee wäre jetzt gewesen, also das gleiche, was ich da vorhin gemacht habe. Ich bin aber auch sehr schlau, dass dann hier was ist. Man kann ja nicht gucken. Es sei denn... Es sei denn, man macht das. So, gut. Ich glaube noch zwei und dann kann man hier eventuell so die Kurve kriegen. Nicht du, das ist die falsche Kurve. Zack. Dann kann man hier noch... Was ist denn los, Freunde? Das kann doch nicht sein. So, und zwar hier. Da und da. Da und da. Da und da. Mua. Doch. Beruhig dich. Alles ist gut, solange du wild bist. So, den kann ja praktisch gesehen, genau. Genau, ich was essen. Finde ich ganz gut. Zack, 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 zack. Das war falsch. Das war komplett falsch. Man müsste ein neues Wort erfinden, um zu sagen, wie falsch es überhaupt wäre. So, pass auf, dann haben wir, soll ja schon symmetrisch sein, hier ist es richtig. So, einfach mal ein bisschen in den nicht vorhandenen Warten mummeln, dann versteht es schon jeder. Ja, zack, zack, zack. So, los geht's. Hier, da, da, da. Den haben wir hier, da, da, da. Den haben wir hier, da. Und da. Und zwar mit dem, 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 dem. Ich bin jetzt oben. Ich glaube, ich kann runter. Ich kann mal weg. Ja, komm. Die brauchen wir noch ein bisschen frei. Wie sieht das so Schmutz aus? Weil das genau so ein Schmutz ist. Ah! So, ich würde sagen, wir erweitern das einmal ganz kurz. Um einen einzelnen Block. Zack. Dann kann man das hier machen. So, ich ziehe. Mal kurz runter. Danke. Ich muss mal kurz weiter. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast dich bequem da gefühlt, so als Tisch und Segel. Okay. Aber es kann schon lange so nicht mehr weitergehen. Deswegen. Auf da. Jetzt haben wir das Problem. Ich könnte auch zwei an ihm machen. Zack, zack. Ja, genau so. Genau so war mein Plan. Aber so richtig. Anders war mein Plan gar nicht. Zack. So. Schwierig. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wir tun. Einfach. Ich bin so wie der Truenfäglichist. Die müssen da sein. Ich hab schon 20, die nicht mal voll sind. Jetzt hab ich bald 22, die nicht mal voll sind. Nice. So, gut. Ähm. An sich. Zack, 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 zack. Bum, 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 bum. Also gar nicht mal so scheiße. Finde ich. So, zack. Hier noch ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Woher Licht in Wärtenheime. Wärteneigenheime. So eine schöne Fackel auf meinem Gesicht beim Schlafen. Das gefällt mir. Das ist mein letztes Holz, das ich habe. Das finde ich. Zack. Oh ja, genau. Mein letztes Holz und ich verballe es so. Sieht besser aus als das, was ich sonst bauen würde. Ja, also bei mir auf jeden Fall auch. Ich muss nur 30 mal überlegen, was ich hier mache. Was ich hier mache. Ich müsste nur den Quispy Keks mal wieder was aufnehmen. Weil, also Quispy Keks, was er in Wallheim gebaut hat. Da kann man sagen, Respekt. Ich baue da hin. So, weil ich denke mir so eine richtig, so eine epische Burg und sowas. So ein Stein Ding habe ich da hin gebaut. Was er da hinmacht. Das war ja auch. Das war nicht schlecht. Auch wenn der Junge nichts kann, aber das kann ich. Auch wenn der Junge nichts kann, aber das kann ich. Das ist halt so gut. Ich bin gleich sicher. Vielen Dank.